Der steirische Wald. Fast unendliche Walden. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer eines Waldbauern, der mit seinen Freunden täglich unterwegs ist, um Leuten den Wald zu zeigen, aufzuklären und Missverständnisse ins rechte Licht zu rücken. Dabei erlebt er Geschichten, wie man sie kaum glauben könnte. Und davon erzählt dieser Film. Untertitelung des ZDF, 2020